Jetzt komm mit. Dort ist nichts, da oben wäre was. Läufst du jetzt zu mir oder läufst du da hoch? Du läufst da hoch, gut. Ich hoffe mal, dass er nicht an allen drei Stellen fressen muss, sondern dass dieses eine jetzt da oben mal noch reicht, weil ich weiß nicht, ob ich es gerade eben gezählt habe, weil da war ja nichts drauf. Er muss anscheinend an drei Stellen fressen. Okay. So, gehen wir mal hier lang. Oh, da war noch ein Schatz, okay. So, hier. Reiten wir das Essen vor. Nee, jetzt. Aber wieder hoch. Also er muss an allen drei Stellen fressen und als letztes dort oben. Wenn wir jetzt hier schicken wir das nochmal hoch. Das auch. Jetzt tun wir das hier vorne, wieder runter. Das. Das. Und das. Hier ist nichts zu essen drauf. Da ist nichts zu essen drauf. Vielleicht muss ich die erst... Genau, wahrscheinlich erst holen, wenn der wieder auf dem Weg ist, weil ich würde auf allen drei nichts sein. Genau, dann schicken wir das alle nochmal hoch. Dann gehen wir erstmal zu einer schönen, runden Kugel. Ne, komm her. So, kommst du? Er kommt. So. Ich hoffe, jetzt kommt was zu essen. Ne. Interessant. Nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Dort kommt auch nichts. Kommt die Kugel überhaupt schon? Weil da bewegt sich ja gar nicht. Schicken wir wieder hoch. Jetzt schicken wir auch wieder hoch. Die sind ja irgendwo hängen geblieben. Er läuft nicht. Na komm. Ja, eine runde Kugel ist das. Kennst du denn die Actionkugeln nicht? Na komm. Ist man da stelle fest, oder was ist los? Ich glaube, der hängt dort fest. Dann gehen wir mal auf die andere Seite und versuchen dann wieder ein bisschen in die richtige Bahn zu rollen. Aber mehr kann man da ja nur ziemlich sagen. Ja, komm. Genau. Jetzt gehen wir wieder hier vor. Oh. Er läuft los. Jetzt muss ich natürlich muss noch rechtzeitig was zu essen geben. Ich muss dort irgendwie rankommen. Jetzt ist der am Weg. Ange, Essen ist ja da. Das Essen ist jetzt da. Und das Essen dort auch. Ich muss es wahrscheinlich nur das hier hochschicken, damit er nicht dorthin läuft, oder? Ich schicke das jetzt mal hoch. Dass du erstmal dorthin läufst. Warte doch. Genau, so. Genau, lauf dort hinter. Lauf dort hinter. Friss dich satt. So, er frisst. Sehr gut. Und da kommt auch nochmal eine Portion für dich. Also eigentlich alles doch schon einfach. Aber wie ist es denn mal so mit dem eigentlich? So. Das Tor ist offen. Zumindest auf dieser Seite. Was passiert jetzt? Stellen wir das Feuer ab? Und jetzt habe ich das Ganze nochmal auf der anderen Seite. Kann das sein? Das ist wirklich eine Unterwelt. Oh. 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 So. Die braunen von weg. Und das war jetzt unerwartet. Ihr müsst schon weiter angreifen. Und werfen und weglaufen, weglaufen, weglaufen. Wir laufen erstmal weg. Weil die laufen sicherlich hinterher. Aber es fehlt gerade so ein bisschen an braunen Kriegern. So. Ich habe die braunen. Jetzt hier. Jetzt geht aber drauf. Blaue. Genau. Die Gegner waren jetzt wirklich sehr überraschend. Jetzt gehen wir hier hin. Da wird wahrscheinlich ungefähr das gleiche Thema nochmal sein. Das ist meine Vermutung. Sie bereiten Wilfrieds ewiges Festessen vor. Die Verdammnis macht ganz schön Arbeit. Ähm. Ich glaube, hier ist ein Fehler passiert, Herr. Ihr könntet euch nicht eventuell darum kümmern. So. Dann müssen wir das mal fressen, ne? Das war eine Röpsung. Da vorne komme ich runter, okay. Er kommt ja zurück. Kommt wieder zurück. Möchte den hier haben. Genau. So. So. Der einzige Nutzen von Schafenkäften. Ich kann Wilfried bis hier geimpft werden. So. Mach die Mö noch völlig. Oh. Blaue. Blaue. Können aufbringen. Wieder hoch. Sie werden mich essen. Lass nicht zu, dass Sie mich essen, Herr. Warum nicht? Der Ei. Und meine Frau sagte, ich würde nie eine Küche betreten. So. Jetzt müsste er eigentlich nur hier vorne noch was zu denen hinkommen, weil da muss ja hier vorne explodieren. In der Stelle. Also muss hier was essen. Dazu muss ich aber irgendwie, ja, das hochschicken. Aber wie. Ich dachte, ich sei Wilfried entkommen, aber er ist auch hier. So, ist da hinten noch was drin? Nee. Die Schafe gehen nicht. Okay. Könnte mir jemand etwas zu essen geben? Kartoffelschalen, Apfel zu häuseln. Meinen Wingen sogar Rosenkohl. Wie betrunken war ich gestern. Wahrscheinlich verdammt betrunken. Und ich sehe auch gerade keinen Weg. Jetzt fliegt er gleich dort vorne wieder in die Luft. Und dann läuft er wieder von vorne los. Sie werden mich essen. Lasst nicht zu, dass Sie mich essen, Herr. Ich glaube, hier ist ein Fehler passiert, Herr. Ihr könntet euch nicht eventuell darum kümmern. Ich würde mich gerne um was kümmern, aber... Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Guck mal, alle her. Wo haben wir denn noch was? Feuer, tut ihm nicht weh! Ist hier noch irgendwo was? Befreit mich, Herr. Bevor Sie mir einen Apfel in den Mund stoppen. Und mich hilft, die Zerviergeber... Das ist auf jeden Fall immer wieder ein heftiger Knall. Hier unten gibt es für eure Schergen jede Menge zu zerstören, Herr. Aber bitte nicht mich. Warum nicht du? So, das hat er schon wieder. Und meine Frau sagte, ich würde nie eine Küche betreten. Irgendwie muss ein so ein Ding weg. Zwei hat er schon wieder. Das hat man alles schon. Was hier dahinter war es? Nee. Hier unten gibt es für eure Schergen jede Menge zu zerstören, Herr. Aber bitte nicht mich. Ein bisschen zu nah dran. So, für irgendwas muss doch das Feld in der Mitte auch gut sein, oder? Ein bisschen zu nah dran. So, das ist alles. Oh, so. Du hast es gelesen. Geht, du bist. Geht, du bist. Geht, du bist. Du bist. Geht, du bist. Alles, geht. Du bist. Ja, du bist. Es geht, du bist. Und du bist. Ich hab's, du bist. Geht. Und du bist. Die haben die anscheinend abgelenkt, okay. So, dann stellen wir uns mal hier vorne hin. Na du, hier, 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 hier. Hier, 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 hier. Hier, 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 hier. Jetzt hat er schon Gebsen. Komm zurück, sonst gibt's ein Ohrknall. Oh, das Abdecken würde ja auch nichts bringen, weil hier ist ja nichts drin. Ja, ich hab ihn hierher geschickt. Geh nochmal raus, vielleicht ist doch draußen irgendwo was. Ich hab nicht hier irgendwo was übersehen. Ich weiß zwar nicht was, aber... Muss ich mich vielleicht einfach hier durchprügeln durch das Tor? Naja. Das eröffnet sich wahrscheinlich am Ende. Und hier muss ich, denke ich mal, hoch. Okay, das war's. Das ist ja ein Brustgegner. Das hab ich ja völlig verpasst. Das hab ich ja völlig verpasst.